In der heutigen Episode 349 möchte ich nochmals auf den Nutzen dieses Podcasts hinweisen. Es ist mehr als nur eine reine Informationsquelle. Es kann dein Leben verändern. Herzlich willkommen beim Berufspodcast Top Jobs im Wandel. Mein Name ist Christoph Stelzhammer und dieser Podcast zeigt vor allem Fach- und Führungskräften Karrierechancen auf und bietet einen Zugang zum verdeckten Stellenmarkt. Und über genau diesen soll es auch heute gehen. Wenn du weitere Informationen haben möchtest, kannst du dich gerne mit mir in Verbindung setzen und du findest die Termine hier auf berufspodcast.com-termin. Ja, es ist eben allgemein bekannt, dass nur ein Teil der offenen Stellen auf den allgemein zugänglichen Stellenbörsen veröffentlicht wird. Und wie kommt man nun an die nicht veröffentlichten Stellen? Antwort, im Prinzip geht es über Beziehungen. Ja, also jemand kennt jemanden, der jemanden kennt. Und so kommt man dann schon auch recht schnell an die Positionen dran. Die Beziehung kannst du aber auch hier über diesen Podcast herstellen. Ja, dafür habe ich das ja auch mal aufgesetzt, dass ich gesagt habe, ich möchte Wissen rausgeben, ich möchte interessante Leute einladen, damit du hier dich inspirieren lassen kannst. Und es geht ja nicht darum, jede einzelne Folge zu hören, sondern es geht darum, auch mal hier ein Stichwort einzugeben, mal zu schauen, ist die Firma, die ich suche, vielleicht auch hier drin und gibt es vielleicht ja einen Ansprechpartner, mit dem ich mich in Kontakt setzen kann. Und wie machst du das? Also aktuell zum Beispiel könntest du auf die Ausführungen von Olaf Munk in der Episode, ganz kürzlich aufgenommen, Episode 347 gehen, nimmst du mit ihm Kontakt auf. Olaf, vielleicht interessierst du dich für die aktuelle Stelle, die wir hier ausgeschrieben haben, da kannst du auch direkt mit mir sprechen, weil ich habe ja das Mandat dazu. Und wenn du sagst, vielleicht gibt es ja auch andere Möglichkeiten, dann auch eben, da kannst du direkt mit dem Olaf Kontakt aufnehmen und sagen, hey, ich habe die Episode gehört und wollte mal wissen, ob es auch noch andere Chancen im Unternehmen gibt. Und ich bin sicher, er wird dir ganz gerne weiterhelfen. Eine andere Möglichkeit zum Beispiel, du sagst, ich bin eher so international aufgestellt, möchte mich auch da entwickeln können, möchte meine technischen und auch sprachlichen Fähigkeiten im Team zu einem Einsatz bringen, das ist mir sehr wichtig. Da würde ich dir beispielsweise mal empfehlen, dich mal mit dem, zum Beispiel jetzt auch dem Erich Kaiser in Verbindung zu setzen bei der Firma Hilti, also Hilti Schweiz jetzt auch. Und er ist ja auch schon viel, also er ist sehr technisch orientiert, aber auch natürlich, er war sehr international unterwegs, kann dir natürlich auch da Tipps aus erster Hand auch mitgeben, wie man sich in so einem Unternehmen auch entwickeln kann. Und vielleicht hat er dir auch den Zugang zum nächsten Traumjob bei Hilti. Wenn du zum Beispiel jetzt nicht unbedingt im Bausektor tätig bist oder in der Baunebenbranche, sondern vielleicht auch im Maschinenbau und du möchtest auch gerne auf der internationalen Ebene eine interessante und nachhaltige Tätigkeit haben, dann würde ich dir zum Beispiel jetzt auch hier die Firma Eugen Seitz AG empfehlen. Hier spricht in der Episode 300 der Marcel Weber, der ist auch Sales Manager bei der Eugen Seitz AG und spricht da sehr eindrucksvoll über seinen Job und auch natürlich seinen Werdegang. Und dann hast du auch noch seine Chefin sozusagen, die Episode 312, die Sophia Steeninger. Und auch ihre Entwicklung ist noch recht spannend und sie gibt dir dann auch noch Hinweise zu den Chancen auch in ihrem Team. Also ganz gute Möglichkeit, direkt auch mit diesen Gästen in Kontakt zu treten. Und ja, ich denke es ist eben, du hörst das für dich selber, sagst, das ist noch spannend, aber es kann auch sein, dass du denkst, vielleicht ist es für meinen Kollegen, für meinen Freund oder für meine Freundin oder überhaupt aus deinem Bekanntenkreis könnte es ja vielleicht für jemanden interessant sein. Und dann diese Episode, die du da gerade hörst oder gibst auch den Podcast als solches weiter. Also das kann ganz spannend sein, auch sich hier auch eben untereinander zu vernetzen, das Wissen auch weiterzugeben, diese Ansprechpartner auch weiterzugeben. Und ich glaube, es ist eine schöne und spannende Möglichkeit, direkt diesen verdeckten Stellenmarkt auch zu öffnen. Natürlich nicht für alle Positionen, nicht für alle Firmen. Und ich bemühe mich jetzt auch hier in diesem Podcast, möglichst viele Firmen, möglichst viele Unternehmen natürlich, möglichst viele Positionen auch zu porträtieren, damit eine möglichst große Auswahl auch für dich da ist. Aber ich denke, du hast hier schon gute Ansatzmöglichkeiten. Stell dir auch vor, hier gibt es ja auch Personen, die nicht immer in dem Unternehmen waren, sondern auch in anderen davor. Das heißt, sie haben dann vielleicht auch ein Wissen oder wissen auch genau, wo es auch noch andere Chancen gibt im anderen Unternehmen. Und da kannst du auch ansetzen. Also, und ich glaube, wenn man sich mit so einem Podcast in Erinnerung ruft, im Sinne von, ich habe den Podcast gehört, dann hat man sicher mal ein offenes Ohr auf der anderen Seite genauso. Und ja, an der Stelle sage ich einfach mal, vernetz dich. Ja, und schau mal, ob was für dich dabei ist, was vielleicht auch für deine Freunde und Bekannte vielleicht auch dabei ist. Gib das gerne weiter. Und das würde mich natürlich auch sehr freuen, dass dieser Podcast auch weiter wachsen kann. Wenn du Fragen hast, wie gesagt, such dir ein Telefonat aus, dann sprechen wir zusammen und haben auch die richtige Zeit dazu. Das ist natürlich völlig kostenfrei für dich, ganz klar, unter berufspodcast.com-termin. Wenn du auch mein Buch möchtest, also auch das habe ich ja schon veröffentlicht mittlerweile, auch das habe ich hier verlinkt, kannst du sehr, sehr gern darauf zugreifen. Das heisst ja, wie man seinen persönlichen Top-Job findet, eben vom Beruf zur Berufung, findest du auf Amazon, kannst da meinen Namen eingeben, kommst direkt zu dem Buch. Und ja, würde mich freuen, wenn ich vielleicht auch da von dir höre. In diesem Sinne, alles Gute und bis bald, dein Christian.